Hallo und herzlich willkommen meine lieben Freunde bei einer ersten und vielleicht nicht einzigartigen Rocket League Folge. Ich begrüße euch, heute ist wieder einmal der Fallwolf dabei. Du bist immer wieder falsch aus, Arschloch. Sei immer Fallwolf. Fallwolf, Junge. Ich weiß, dass das so ausgesprochen wird. Nein! Warum spielen wir eigentlich gerade? Was heißt, warum spielen wir eigentlich gerade? Du hast doch nicht gesagt, dass wir starten, Arsch. Ja klar! Du hast doch gehört, wie es gezählt hat. Ich hatte das Spiel ja gar nicht an. Alter! Ich dachte, du wärst so weit. Du sitzt seit 10 Minuten auf deinem Sessel da. Ja, und hab was anderes geguckt, als das Spiel anzumachen. Naja, hast nach Orange is the New Black geguckt. Na, eigentlich ist das nicht, sondern ich habe geguckt, was Netflix für Serien hat. Netflix hat gute Serien. Ja, wobei der eigentlich aufgezählt worden ist. Das war aber knapp. Oh, ich habe nicht genug Fuß, deswegen musste ich mit der Unterkarosserie dagegen klatschen. Au! Alter, das gibt's doch nicht. Wie schlecht sind wir? Jetzt gerade. Jetzt gerade. Alter. Au! Wer ist drinne? Ja! Nein, ist er nicht. Ja! Oh, Alter! Ja! Jetzt aber! Kessis! 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 Nein! Doch! Och! Oh! Hättest du ihn gelassen, dann hättest du ihn gekriegt. Piu, piu, piu! Skrr, skrr! Hey! Wie hieß denn der andere, verdammte Scheiße? Kasura! Kasura! Oh, der... Oh, der... Oh, oh! Die haben sich gegenseitig behindert! Achso, du stehst hier sogar im Tor. Ja! 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 Ach, fuck! Nein! Hm! Ach, was mach ich denn da, ey? Oh, oh! Ach, sehr schön. Ach, Mann, ey! Geschenke! Weihnachten ist vorbei! Meinst du, ey? Ja, eigentlich schon. Der, 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 der... Das Tor war auch geschenkt, ey. Ja. Schön unten drunter durch. So. Karte, der hätte fahren müssen. Hat er nicht gemacht. Ja, sorry. Wolf er pennt. What? Da hat er auch... Da hat er auch gepennt. Ja, genau. Da hab ich auch gepennt. Und... Einh... Karte. Du bist mir leidfolg. Alter, ich war hinter dir und ich dachte Lars wäre auf der anderen Seite und dann war es nicht so. Na Alter, schon wieder ein Torschuss, das gibt es doch nicht. Och Mann ey. Das gibt es doch nicht. Alter, mein Nacken ey. Hast du das gemacht? Keine Ahnung. Ne, das ist nicht von gestern. Von der Arbeit, sondern von gestern nach Kassel fahren. Ich hatte gestern meine erste Fahrt nach Kassel und auch meine erste Nachtfahrt mit dem Corsa. War schon eine nice Geschichte. Jo. Shit, ich dachte er schießt den nach vorne geradeaus, deswegen kam ich hinterher. Der ist einfach nicht da. Echt? Dachtest du das? Der würde einfach so über ihn rüber wollen. Weil der steht schon die ganze Zeit da. Achso, du dachtest der wäre AFK so. Ja. Hallo, hallo da, so du Penis. Willkommen bei deinem ersten Rantuch-Erlebnis. Ja. Ja, der ist drin. Nein, der ist drin. Boah, Alter ey. Nein. Das war's. Tja, wie haben wir schön gelernt von dem Party Pnüx. Ja, das erste geht immer in die Hose, also von daher ist es nicht so schlimm. Wir spielen hoffentlich eine Revanche. Oh, der erste Zylop ist rausgegangen. Ist ja halt so schlimm. Man merkt ja wohl, dass es Sonntagmorgen ist, ne? Das ist schon ätzend irgendwie. Oh. Ach, geht der drücklos. Fahrer. Hat der jetzt, haben die einen Bot? Ja, Rex. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Wie geil war das denn ey. Puff, biep, biep. Der war nice, Mann. Der war richtig nice. Weißt du, was ich jetzt bei einem Video gemerkt habe von Pete Smeet? Was denn? Ich wusste gar nicht, dass Peter Maraucher war. Doch, Hadi auch. Wusste ich gar nicht. Die haben während der Aufnahmen geraucht. Früher bei Adventure Map hat man das immer gut gehört. Echt? Ja. Ich hab da nie drauf geachtet, ey. Naja, das ist ja auch in den ganz alten Folgen, ne? Musst du dir überlegen. Man hat es gehört, wenn sie ihr Dings benutzt haben, ihr Feuerzeug. Ansonsten hat man es nicht mitgekriegt. Okay. War schon übel. Jawohl. Sehr gut. Die anderen sind immer schön Nichtraucher gewesen, oder was? Das weiß ich nicht. Aber bei Bram auf jeden Fall. Bei Bram haben, glaube ich, die Eltern geraucht. Ja. Also so richtig krass Ketten geraucht. Ja. Er hat aber immer nur mit Hadi zusammen in Hades Zimmer Shisha geraucht. Und hat den Teppich abgefackelt. Und hat den Teppich abgefackelt. Hast du das Schaschlik-Video gesehen? Das neue? Ja. Wo er das Schaschlik gemacht hat? Nee, noch nicht. Das ist gut. Das ist gut. Echt? Ooooooh. Hangover Pete. Wie jetzt? Hä? Was? Ja. Der Typ, der, der Typ, der hinter der Kamera stand, war Hangover Pete. Okay. Weil der Pete das Video nach dem Saufabend aufgenommen hat. Okay. Jawoll. Da muss ich mir das mal anschauen, das Video. Ja. Oh. I know what? Das Wort zum Sonntag. Hahaha. Voll weggeklatscht. Upp. Oh. Oh. Hat der den da weggelenkt, ey. Das gibt's doch nicht. Mach ihn. Oh. Da. Gott mit dich. Shit. Boah. Oh. Nein. Ich bin daneben. Uuuh. Fuck. Oh ne ne. Oh. Bin ich dumm. Nein. Nein. Ich konnte nicht mehr dran. Das ist doch scheiße. Naja. Bohreralden gegen da. Nein. Boah. 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 Schade. Bäh. Bäh. Bäh doch, Bäh. Bäh. Der Bäh. dann halt so ich habe ihn nicht erwischt sehr gut sehr schön das ist nicht dein ernst direkt auf mich zu ich ja nicht die ganze zeit angeflogen kommt hier es gibt neue punktesysteme also punkten namen sozusagen hereingabe zum beispiel ist der mittelfeld pass echt das jetzt neu habe ich mich von der statistik gesehen dass ich irgendwie punkte für hereingabe hatte da muss ich erst mal gucken was das ist ein da hatte ich 1700 dann war mir schon klar alles klar dass der mittelfeld was nein ich hab den voll gegen den pfosten gehauen unglaublich liebe zuschauer das ist sonst immer ein sicheres tor komm los oh mann alter oh shit los las eine mama noch will keine katze alle verärgert meinst du wie ist es eigentlich dass du mittlerweile der schlechtere von beiden bist das war auch vorher schon weißt du was du jetzt hättest sagen müssen karte ich bin eher der distanzschütze ich fahr nicht immer mit nach vorne weißt du was du eigentlich hättest sagen müssen wir sind das eigentlich das schlechteste von uns ja stimmt auch wieder weißt du was kann ich mit leben warte oh nein der war nice aber ist nicht reingegangen weil Lars hat ihn mir so vor vors auto gehalten dass ich ihn richtig da rein ballern konnte jetzt auch mal wieder boost danke ich hab noch versucht ihn zu retten aber du hast den auch erst mal gerettet aber ich kann aber dann ich konnte danach nicht mehr so schnell fahren nach vorne fahren ja den auch mal weg ballern oder so das ging nicht mehr leider ja komm Lars ey ja was bleibst du mit mir auf dem weg du bist voll in mich reingefahren ich stand da ich hab mich nicht mehr du bist schon wieder mit mir reingefahren dieses mal war ich schuld ja oh man ey wir warten oh nein oh nein doch genau das leute wir können uns doch nicht von den hupfstohlen hier so vorführen lassen leider tun wir das aber ja hat er den oder raus geholt hat er einen doppeltsprung gemacht ja bei schnellen bellen ist es halt das problem den genau zu wissen wo der lang fliegt der war schon wieder so knapp in den winkel hinein ja ohne witz ja ohne witz aber egal der ball ist drinnen ja und da steht 2-2 das ist gut ja ich hab ne vorlage gekriegt find ich auch schön ja da hab ich ihn noch erwischt ich hätte ihn auch selber gekriegt ja aber guck mal Lars an er ist geflogen ja stimmt er ist richtig keine ahnung ja wer weiß gar nicht wer das ist warte der da hinten der äh gradient wave gradient wave 361 sieht aus wie ein dart-pfeil ja ich finde das sieht aus wie ein dart-pfeil ja komisch das ist ein standardauto so ein hässliches ding das gibt's doch nicht man wie ausrastet das gibt's doch nicht man ein spiel ich hasse es ja wir haben sich wieder selber dran gehindert nein so wie ihr ja wir haben ihn nicht mal berührt ja oh nein ha 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 alter gut gepokert gerade ey da hab ich richtig gut gepokert das war Glück dass bei denen alle daneben gefahren sind ja aber ich hab mir gedacht so hm die schafften das bestimmt nicht da dran zu kommen genau jetzt spielst du den einfach mal so zurück richtig risiko mhm ja ehrlich jetzt mhm wow was macht er denn da hat sich fast doch noch selber reingehauen ey ja oah schade doch man doch man nein ups jetzt kein gegenturm mehr oder uck noch ja hey winner sehr gut So, damit würde ich mich einfach verabschieden für heute. Ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gesehen habt. Und bis dahin. Tschüss. Wenn sie einen Yannick gesehen hätten, dann ja. Tschüss.